Ja, ja, die Lyria bildeten einen engen Kreis Und damit eine Barriere zwischen der Königin und dem Feind Mir war sicher, doch sie konnte nicht untätig bleiben Sie gab ihrem Pferd die Sporen Und warf sich auf der Suche nach den Nilfgaardischen Kommandanten in den Kampf Sie wollte ihm ein paar Fragen stellen Und ihm dabei ein Messer an die Kehle halten Ja Die Schlacht dauert nur eine Runde Also bauen wir das schon mal nicht Ja, das ist besser Okay Ja Aber welche? Ja Wir haben das Problem, dass wir nicht genug Schaden austeilen Äh, ja Gut, doch, wir können Zum Glück Äh Okay Ja, das ist noch in Ordnung Äh, damit können wir leben So Äh, und Wir spielen das hier Ja Die werden wahrscheinlich sterben Ähm Wie machen wir es am dümmsten Wir wollen das hier Ja, ist schon doof, gell Äh, ja So So Ja, ja. So. Wir machen sechs Schaden, oder? Hier machen wir sieben. So. Er passt bei einer einzigen Runde. Alles klar. Er hat halt keine Chance. Er hat halt keine Chance. Um... Das ist wichtig, dass wir die Moral wieder schön hoch bekommen. So... Armee wieder verstärken... Gut, dass das Lager uns immer wieder einen Verweis gibt. Wir bekommen hier noch nichts Neues, oder? Erst wenn wir das gemacht haben wahrscheinlich... Können wir uns mit ihm mal unterhalten? Ja... Wir können uns also mit ihm nicht so wirklich unterhalten. Ah, schon vier Stunden spielen wir insgesamt. Ja, das ist doch mal was Schönes. So... Hier oben haben wir nichts, oder? Ja, da kommen wir gar nicht erst hin. Hier haben wir auch nichts. Okay. Ja, schön. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo uns der Weg hinführt, wenn wir hier runter gehen. Dort oben in das Dorf. Das ist ein interessanter Ort. Das ist wieder ein Händler, oder? Oh... Ah... Euer Hoheit, ein Händler, bietet einen vielleicht interessanten Vorschlag an. Er würde seinen Laden wegen des Krieges schließen und uns alle seine verbleibende Waren vermachen. Als Gegenleistung bittet er darum, von einigen eurer Männer geleit zur nächsten Stadt zu erhalten. Wir verlieren also ein paar Männer, aber bekommen dafür ein Fragment für eine Karte. Schauen wir mal. Ein Wasserweib, oder? Ja... Lyrische Fischer behaupteten, dass den Seerosen in den Flachzonen der Javina Monster entstiegen waren. Angeblich hatten sie riesige fischartige Augen und einen Schuppenpanzer mit grünen Borsten. Und sie werden nicht lange leben. Das ist ein Standardkampf, glaube ich. Ja, sieht so aus. Erstmal schön tief und fest scannen. Damit bin ich zufrieden. So... Ja, okay, wenn du es so haben willst. So... Schauen wir mal... Schauen wir mal... Schauen wir mal... Schauen wir mal... Okay... Okay... So... So... Und dann... So... Okay... Okay... Hätte ich eigentlich erwarten können dass der passt. Okay... Dann courtroom minus... Zum nächsten Video... Ich werde da hinten findest. Es ist, wie krass ja grundsätzlich. Das ist einer спасender Reminery. so ja gut es hat eigentlich einen vorteil sogar nein das ist doof ach Gott so naja dann wollen wir mal versuchen uns dem entgegenzustellen hier ja wir haben halt nichts um Wettereffekte zu entfernen 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 Vielen Dank. Hm. Wie viel Schaden teilen wir hier aus? 6, oder? Ja. So. Ja. Wir haben halt diesen blöden Regeneffekt da drauf. Hm. So. Alles klar Das schmerzt irgendwie Ja gut, das Wasserweib wurde besiegt Willkommen Die Straßen sind gefährlich Heutzutage sind mehr Schwarzkittel unterwegs als Mücken Es ist verdammt nochmal unmöglich nach Travograd zu kommen Vorerst habe ich die Schätze in einer verborgenen Kiste an der Seite der Herberge gegenüber dem Tempel versteckt Wir können uns überlegen, wie wir sie verlegen, sobald sich dieses Chaos etwas gelegt hat Versucht bis dahin am Leben zu bleiben Gegenüber vom Tempel, alles klar Ach, da ist wieder ein wütender Mob Ja, da gehen wir danach hin Ich glaube nämlich, dass der Schatz auf der anderen Seite noch liegt Beim Tempel Das müsste eigentlich hier sein Oder? Was sagt denn die Karte? Okay Eine Straße geht so im Kreis außen rum Halbkreis Hm Ich habe irgendwie gerade ein komisches Gefühl, dass ich das nicht finde Aber ich will es finden So Ja, okay, da kommen wir auch irgendwie hin Das nehmen wir auch noch mit Wir lassen keine Ressourcen liegen Wir Gierigen Beim Tempel Welcher Tempel ist denn damit gemeint? Briefe Wo ist denn der? Welcome Notiz An der Seite der Herberge Gegenüber vom Tempel Versteckt Herberge Gegenüber vom Tempel Hm Herberge Gegenüber vom Tempel Jetzt würde mich nicht interessieren Woher ein Tempel ist Aber Hm An sich muss es ja hier irgendwo sein, oder? Aber wir sind ja gerade hier Herberge Herberge Gegenüber vom Tempel Viel von der ist ja nicht mehr übrig Wahrscheinlich Ist das hier irgendwo? Ist das hier irgendwo? Nein, weil das würde halt am meisten Sinn machen, dass man das irgendwo dort versteckt Nee Schade Man kann es ja mal versuchen Aber ja, dann schauen wir mal Dass wir hier irgendwie Es nicht so ganz vom Weg abkommen lassen Und ja, dann holen wir uns hier jetzt noch ab Das ist ja noch ein paar Rulfe Und das ist ja noch so ganz gut Nee, wenn du so Und das ist ja noch so, sehr gut Ich glaube, das ist ja noch so dirty, da ist ja noch mal ja, da ist ja noch eine Leitse Und das ist ja noch natürlich Ich glaube, das ist ja noch da woanders Vielen Dank. Alles klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Spiel macht es uns nämlich nicht einfach. Das wäre etwas, was CG Project Red nicht kennt. Es einem einfach machen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal in unser Lager. Die Werkstatt wurde also verbessert scheinbar. Uns fehlt jetzt noch das letzte Tisch des Kartografen 2 und dann dürften wir hier weitermachen können. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit ihm reden kann. Ja, und ich würde sagen, wir verabschieden uns mal und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.